hallo und herzlich willkommen zurück zu foundation schön dass ihr wieder mit dabei seid in diesem wunderschönen städte aufbauspiel ja wir sind auch schon dabei eine große stadt zu werden du so das wollte ich auf alle fälle abreißen das brauchen wir jetzt nicht mehr jetzt können wir hier auch ein bisschen nachlegen oder die teilen sich halt automatisch das kann natürlich auch sein das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau wir gucken einfach mal wir warten mal ab so wir haben ja so ein bisschen angefangen das alles neu zu gestalten hier habe ich jetzt erst mal auf lagerhaus lernen vielleicht bleibt es doch noch stehen tatsächlich würde ich eben halt hier so ein bisschen den cut machen wollen wobei eigentlich nicht eigentlich darf es nicht stehen bleiben weil ich ja hier die büsche hin habe es ist schwierig also das lagerhaus muss auf alle fälle noch weg da führt kein weg dran vorbei ja das wird ja hier auch schon gebaut und das muss auch auf alle fälle weg so und das kommt hierhin genau aber jetzt kann ich immer gucken so die müssen jetzt leider auch weg ja ich kann die halt nicht also wenn es eine möglichkeit gäbe die zu versetzen würde ich die versetzen aber sie gibt es halt nicht soweit ich das jetzt sehe so genau es ist jetzt gott sei dann kein keine unmengen an an münzen die wir da jetzt irgendwie drauf zahlen aber bisschen ärgerlich ist jetzt gucken wir mal ich wollte ja so ein bisschen mal geld investieren beziehungsweise eigentlich mehr so die ja werkzeug holz produktion in schlag nehmen für deko ich denke das kann man halt mal machen das soll jetzt keine alltägliche sache sein ich will es bloß so ein bisschen ja das ist eine gute idee ein bisschen gucken dass wir nicht zu viele werkzeuge ausgeben wir wollen ja noch ein bisschen was anderes bauen ne und die kostet natürlich auch unterhalten das ist natürlich so hier wäre natürlich irgendwann mal eine statue ganz cool glaube ich wobei jetzt habe ich das zu klein gemacht ist nicht schlimm aber hier können wir auf alle fälle ein paar büsche hinsetzen so ja gucke mal da sieht das doch gleich alles schon wieder viel schöner aus ne so hier können wir schön den wegweise hin machen das passt an so einer ecke halt auch einfach wahnsinnig gut so und jetzt gucken wir mal jetzt müsste das ja eigentlich von attraktivität her wieder so viel besser sein kann man hier mal richtig vielleicht haben wir ja glück und es passt halt doch noch ein haus hin so wobei er das dann auch definiert das ist ein speicher okay also keine ahnung ob hier eins hin passt das weiß ich nicht kann ich nicht sagen vielleicht vielleicht auch nicht ich würde jetzt einfach mal probieren und warten abwarten und tee trinken ich meine genug genug arbeitsplätze gibt es hier hinten auf alle fälle so dann gucken wir jetzt noch mal so ein bisschen nach dem blauen bereichen da können wir jetzt auf alle fälle dann auch weniger machen gucke ich mal hoffe ich mal dass wir jetzt hier noch ein bisschen was machen mit dem ganzen gebiet das darf ruhig noch ein bisschen abgeholzt werden so ja hier wäre schon cool wenn das so ein bisschen weg ist ne steinwerthütte ja es ist halt schon ärgerlich das ist halt die frage ne kriege ich hier aus ne hier ist der steinbruch ne kann man hier das sind normale steine oder ich meine dann kann ich doch eigentlich auch sagen ich habe ja kein stoff ne das ist halt das problem im moment aber sonst würde ich halt wirklich sagen dass wir hier jetzt muss ich mal gucken wie rum so rum eigentlich ne weil dann würde ich nämlich tatsächlich auch hier die steinwerthütte direkt hin machen so dann kann man hier ich denke das ist eigentlich schauen wir mal die köhlerei müsste eigentlich auf die seite aber wenn man halt so viel kohle braucht ne da müssen wir mal gucken vielleicht machen wir hier hinten doch nochmal irgendwie die möglichkeit zu sagen okay hinten kommt nochmal den den wald den lassen wir halt als wald ne da machen wir jetzt dann nochmal eine holzfüllerhütte hin oder was das müssen wir da mal ein bisschen gucken ähm so wir haben doch hier genau okay die arbeitslose sind hier jetzt so gar nicht mit aufgefüllt oder was wir haben keine arbeitslosen ist auch nett ist auch gut keine arbeiter zugegeben was okay ja das ist klar achso ja ja das ist auch klar ummaterial für den lagerplatz fehlt okay ach lagerplatz voll genau hier sollte ja dann jetzt ähm auch äh steinblöcke hin und steine aber da brauchen wir scheinbar noch ein zweites lager das soll jetzt eigentlich mal so ein bisschen geleert ei 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 okay ja hier brauchen wir noch ein zweites lagerhaus das hilft leider nix ich bin auch nicht ganz so zufrieden mit der geschichte aber was soll ich machen ne so und dann gucken wir mal ne und dann jo schauen wir wie es weiter geht ja das ist so ein bisschen das schwierige ne ähm finde ich persönlich du hast am Anfang einfach sehr viel Platz versuchst es irgendwie alles so ein bisschen zu quetschen und dann musst du irgendwann schon so ein bisschen anfangen alles abzureißen neu zu bauen und sowas ich meine das macht das Spiel halt ähm sehr ähm lang lang äh mäßig so lang ergiebig ist halt äh ein komisches Wort das ich scheinbar gerade irgendwie erfunden habe aber ähm ne das ist halt so du bist halt nicht nach einer halben Stunde fertig mit dem Spiel sondern hast halt einfach die Möglichkeit durch dieses ständige Verändern der Stadt durch dieses ständige Gucken Optimierung hier Optimierung da ähm ne ist halt ja eine super Beschäftigung das ist halt das kann man dann schon mal ganz schön versinken und mhm so das Lagerplatz ist leer das heißt das können wir jetzt abreißen so das heißt wir haben jetzt nur noch hier den Stein mit ähm jetzt gucken wir mal Attraktivität hier unten ist so wunderbar mal gucken ich glaube nicht dass wir hier nochmal einen Platz finden ja es ist ein bisschen schade ne hier ist tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen blöd man könnte gucken das aber den Speicher versetzen das bringt halt eigentlich auch nicht wirklich was ne hm ganze Arbeit umsonst shit ja wir gucken mal wir probieren das mal ich meine vielleicht wenn ich dann im Teil wirklich jetzt hier so eine Art Umrandung reinpack ähm vielleicht will dann irgendjemand da hinziehen so ich weiß es nicht geldtechnisch sieht es ja ganz gut aus ja versuchen wir mal unser Glück ne ich weiß noch nicht ob das so funktioniert aber vielleicht wenn es halt so ein bisschen eingerahmt ist von den ganzen Büschen vielleicht hat dann irgendjemand Mitleid mit dem Gebiet und sagt naja gut okay ich ziehe halt doch hier hin ja praktisch wäre es halt schon ne weil Arbeitsplätze hast du hier hinten ohne Ende ich würde mal naja ist halt schwierig jetzt mit der mit der Straße hier mittendrin ne naja die lassen es überraschen ne wir gucken mal vielleicht wer weiß vielleicht wären wir doch noch überrascht so hier können wir auf alle Fälle nochmal einen hin machen da können wir nochmal einen hin machen ah guck mal da auch so und dann haben wir hier auf alle Fälle wieder den Wegweiser der sich hier wunderbar eignet und dann können wir hier nochmal so einen Bogen machen ja cool wäre halt im Prinzip ne wenn du sagst okay ähm du kannst ja glaube ich Territorium mal wieder verkaufen ne cool wäre ja eigentlich das ähm ja ich irgendwie hab ich es mit dem Umbauen im Moment ne merkt ja schon ähm ich glaube es wäre so ein bisschen cool wenn du einfach sagst okay ähm du suchst halt wirklich ein Zentrum aus ja also vielleicht weiß ich nicht wirklich sagen okay hier äh die Kahlen noch dazu machen und dann tust du hier halt ja wie so ein die Palisaden drum herum bauen ne mit den weiß ich nicht vier oder sechs Toren oder was ne und dann machst du die ganze Infrastruktur machst du halt nach außen aber ich finde es tatsächlich echt ne gerade jetzt gerade ne super schwierige Angelegenheit ne was ich meine das ist halt das Herrenhaus ne steht da halt so mittendrin irgendwie so wirkt es schon so ein bisschen verloren ja ähm vielleicht ist es dann im Teil auch wirklich cool mal mit Mod zu spielen es gibt ja so ne Mod hab ich zumindest bei Gleisklink gesehen dass ähm ähm dass du Häuser selber bauen kannst so auf der einen Seite findest du es ganz cool weil du halt auch kleinere Häuser bauen kannst auf der anderen Seite findest du es ähm irgendwie ja und das nicht so extrem wertend zu sehen aber es ist halt schon so ein bisschen doof weil das ist ja das Prinzip des Spiels ne dass du mit Pinsel ähm ja die Leute entscheiden lässt wo sie hinziehen wollen ne oh guck mal es ist schon nicht mehr ganz so tief siehste vielleicht kriegen wir doch noch mal was hin ähm ja schwierig würde ich sagen äußerst schwierig so warte mal ne aber im Prinzip wäre es halt eigentlich glaube ich schon ganz cool wenn man da irgendwie ja ich weiß ich hab's doch noch nie ausprobiert hat das jemand von euch schon mal ausprobiert äh ja einfach alles abgerissen und so ein Stück weit ich meine die Mauern kosten ja noch nichts äh von daher sollte das ja eigentlich so kein Problem sein ne so also jetzt ist hier auf jeden Fall schon mal die Attraktivität so sehr viel besser aber ich denke das passt halt nicht hier wird kein hier passt halt kein Haus hin glaube ich ist so ein bisschen das Problem befürchte ich ich glaube hier passt kein Haus hin obwohl eigentlich naja weiß ich nicht schwierig sehr schwierig ja mal gucken ob man das vielleicht irgendwie keine Ahnung weißt du was ich mach das jetzt doch hier hinten mit dem Holzfäller ähm und zwar es ist ja so dass ähm hier ja auch die Schäfer und so hier sollten ja die Schafe dann hin da müssen wir eh roden ne also ich denke hier nochmal zwei Sammler hin dann hast du so ein bisschen ne über die Ecken dann hier hinten die Schafe hin ähm dann hast du da schon noch genug Arbeitsplätze dass man eben halt hier wirklich wunderbar bauen kann ne mal gucken äh kann das sein dass ich eventuelles auch Einwandern verboten habe Einwanderung aktiviert ne okay entscheiden sich im Moment nur nicht so viele dafür zu bleiben so die Militäraktionen will ich nicht machen ähm zumindest noch nicht zu wenig Soldaten einfach ne in der Kirche ist da noch genug Platz eigentlich 55 von 60 guck mal da müssen wir theoretisch auch schon mal anfangen so ein bisschen dann ein neues äh Gebäude hin zu ah haltet mich guckt euch das mal an ja gucken wir da einfach mal ähm Gebäude zu weit weg ne das will ich jetzt eigentlich nicht dass es zu weit weg ist aber wir könnten halt mal ähm das so ein bisschen einkacheln ne ja obwohl das mit dem hier schon fast ein bisschen schöner ist das Problem ist bloß ach so es ist kleiner okay nee das ist dann schon doof so ich jo sollen wir da nochmal einen Turm reinsetzen ich weiß nicht genau eigentlich haben wir ja einen Glockenturm ne eigentlich haben wir ja einen Glockenturm was wir machen können ist dass wir sagen äh wir bauen das auf alle Fälle ein bisschen höher so guck mal dann haben wir hier nämlich nochmal irgendwie ne hier können wir das gar nicht ran machen haha warum eigentlich nicht da ist doch ein Punkt ist ja krass geht das jetzt nur hier vorne oder was aha da vorne geht's ja interessant ach so aber der Turm der würde sich nicht hier hinsetzen lassen oder was weil hier ist halt komisch irgendwie so an der Seite naja ist halt mal was anderes ne ey man wir haben Werkzeuge wir haben genug Bretter wir haben so viele Steine wir haben so viele Bretter das ist glaube ich dann tatsächlich echt wurscht ne zu weit weg eigentlich nicht so dann kannst du sagen dass du hier noch wunderbar so dass du den ein oder anderen Anbau machst so ach joa hier hast du nochmal so ein kleines Weichtgebäude ja gefällt mir eigentlich ganz gut so bauen ne da haben wir hier einfach nochmal eine größere Dorfkirche mal gucken was steht da ah je je Wartungskosten ach du Heilige ja alter wir gehen so schnell pleite Leute wartet ab dauert nicht mehr lang wobei eigentlich es sieht noch ganz gut aus bisher so ja dann müssten wir hier hinter gucken Fisch Brot und Beeren sollte von der Entfernung her alles eigentlich ganz gut gelegen sein ne aber immer noch nicht ne immer noch niemand der sagt hey hier will ich wohnen sehr schade auch hier unten noch nicht ne hm ja schwierig finde ich sehr schwierig cool aber schwierig ähm so Steinblöcke Steine 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 Werkzeugtechnisch sieht's gut aus da müssen wir uns keine Sorgen machen das ist alles in Ordnung Eisen okay Eisen ja Eisen ist nicht ganz so viel da da müssen wir dann mal gucken dass wir ein bisschen mehr Wert drauf legen aber es funktioniert eigentlich ganz gut äh vielleicht liegt hier dran dass wir nochmal einen hier den Berg wir haben keine Arbeitslosen das ist so ein bisschen Einwanderung hoch nächste Welle in zwei Tagen okay naja vielleicht haben wir dann noch jemanden ne arbeitet 100 Meter von zu Hause okay aber wir haben jetzt zum Beispiel zwei Förster ne aber sind die beide auch eingesetzt habe ich zwei Förster also habe ich zwei Forsthütten das ist komisch irgendwie ich habe da aber bloß die eine Forsthütte oder ich habe bloß ein Forsthaus okay das heißt ich habe einen Förster zu viel ach herrje genau das meine ich ne das ist jetzt gerade alles aber ein bisschen schwierig wahrscheinlich habe ich ewig viel zu viel Zeug ach guck mal hier Arbeitsplatz ah okay das heißt da könnten wir auch einfach mal sagen ähm können wir dich arbeitslos machen ich würde dir gerne deinen Job wegnehmen muss ich gestehen aber irgendwie scheint es nicht zu gehen shit wir machen sie mal zu einer Trägerin irgendwo wird sie schon einen Platz finden denke ich es gibt ja genug Tragmöglichkeiten also genug Möglichkeiten wo getragen werden kann so was ist hier eigentlich ach hier brauche ich Stoff vorher können wir diese blöden Puppen nicht bauen ne na gut so ich hätte überlegt hier hinten nochmal ein Holzverlein zu machen tatsächlich ist das eigentlich eine gute Idee so und ein Forsthaus noch daneben so pass auf und dann ist nämlich hier so dass wir hier sagen okay hier darf aufgeforstet sein damit die Kühlerei auch immer ausreichend versorgt ist ich hoffe das funktioniert alles so aha guck mal jetzt wird es langsam hier ne ach da würde ich ja gerne ne so ein bisschen drum herum bauen den Zaun drum herum bauen ich befürchte aber dass das gar nicht so einfach ist quatsch warte da ach genau das ist ja so ein bisschen okay der Marktplatz wäre halt echt einfacher ne aber ich glaube das kann man nicht machen ich glaube der Marktplatz ist zu weit weg wenn ich jetzt sage ich mache jetzt hier unten oh ach scheinbar geht das doch also ich habe keine Ahnung was für Konsequenzen das hat das weiß ich nicht aber ähm ich finde es ziemlich witzig äh Feintuning ist äh nicht immer so ein bisschen meine Stärke aber kriegen wir schon hin ne so ach die brauchen auch Bretter okay aber die brauchen halt keine ähm keine Werkzeuge von daher ist das für mich vollkommen in Ordnung die Bretter das Brettchen was wir da brauchen das ist nicht so schlimm aber ich finde es eigentlich ganz cool wenn es so ein bisschen umrandet ist ich hoffe nur dass das vom Platz her reicht ne das ist so ein bisschen meine Angst ja das ist okay vor dem vor dem vor dem häuschen äh vor dem Bäumchen hier so guck mal ja es wird doch ja es ist natürlich nicht so astrein ne seht es mir nach aber so im groben und ganzen es geht ja auch bloß darum was ihm halt irgendwie so ein bisschen was da ist ne so guck dir mal wie schön der ist guck dir mal so jo wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen zu groß aber das ist nicht schlimm finde ich das ist lieber zu groß wie zu klein ja guck dir mal ne hinter den Bäumchen okay also müssen wir da mal gucken wie wir das am besten machen so so guck 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 Na, also das schaut doch schon cool aus. Doch, ich bin echt zufrieden, ne, bisher. Das ist echt super. Gefällt mir richtig gut, dass wir das da so... ...doch ein Stück weit schön gestalten können. Ist jetzt natürlich ein bisschen kleiner, wie der eigentliche rote Kreis, aber... ...ich denke, das ist jetzt keine ganz so große Dramatik. Aber es sieht total schön aus. So ein eigener, kleiner... Ja, so, jetzt gucken wir nochmal, ob das von der Größe her so passt, ne? Ja, es ist ein bisschen tief, gebe ich zu. Oh, das ist jetzt nicht unbedingt... Warte mal, so? So ist das, ne? Ah, okay, und dann haben wir hier nämlich die Baumreihe. Die sind gleich fertig, ne? Das ist, äh... Aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass man das so machen kann im Prinzip, ne? Und dann möchte ich das eigentlich auch schon so ein Stück weit nutzen. Und dann noch mal so ein bisschen. Und jetzt haben wir das Feintuning dann tatsächlich auch geschafft, ne? Jetzt gucken wir mal, ob wir hier nochmal ein Zäunchen hinkriegen. Wir kriegen hier tatsächlich nochmal ein Zäunchen hin. Gucke mal. Hat uns so 55 Bretter gekostet und, äh, 5 Minuten... Boah, krass! 27 Minuten schon wieder, Leute! Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!